Herzlich willkommen in der Welt von Star Wars. Star Wars, fantastische Geschichte. Begonnen hat es alles für mich im Jahr 1978 mit diesem Filmplakat. Der Film ist ja in Amerika tatsächlich schon 1977 rausgekommen, aber in Deutschland eben erst 1978. Man musste da noch übersetzen und so weiter. Und ja, Star Wars ist faszinierend, weil mittlerweile drei Generationen von Menschen sich mit dieser Saga beschäftigen. Also in meinem Alter, dann später, wo die anderen drei Teile, die neueren Teile dazugekommen sind und dann jetzt erst vor kurzem die letzten drei. Dazwischen gibt es ja auch noch mittlerweile Serien wie Clone Wars oder solche Filme wie Solo oder Rogue One. Und so einen Star Wars Film, den schaut man natürlich am besten auf einer Leinwand an. Ja, eine Leinwand, leider werden diese Filme ja aktuell nicht im Kino gezeigt, aber es gibt eine Möglichkeit, wie Sie diese Filme trotzdem genießen können und das Star Wars Universum genießen können. Und zwar auf einer Heimkino-Leinwand. Wenn Sie schon so eine Leinwand haben und das zu Hause sich installiert haben, dann wissen Sie, welche Faszination das ist, das wirklich auf einem großen Bild anzuschauen. Also nicht auf einer kleinen Klotze, sondern einem richtig großen, breiten Bild. So eine Leinwand sollte mindestens zwei Meter am besten noch größer sein. Also das sind dann, man sagt, 100 Zoll oder 120 Zoll. Jetzt fragen Sie sich natürlich, geht es überhaupt? Und unser Motto ist, wir installieren Heimkinos in jedem Raum und zu fast jedem Budget. Los geht es tatsächlich mit 3.000 Euro, aber die meisten Kunden geben so zwischen 5.000 und 15.000 Euro für eine Heimkino-Installation aus, also mit allem drum und dran. Und ich kann Ihnen das mal hier zeigen, wenn Sie auf die Heimkino-Raumseite gehen, sehen Sie unter dem Thema Referenzen, also mit dem Reiter Referenzen eben Kinos, die wir oder Kunden von uns mit unserer Hilfe zusammengebaut haben. Diese Beispiele zeigen natürlich verschiedene Räumlichkeiten. Wenn Sie einen Raum haben, also einen eigenen Raum, wo Sie so ein Kino installieren können, dann haben Sie natürlich, können Sie sich austoben. Ja, da ist alles möglich mit Kinosesseln und drum und dran. Aber die meisten unserer Kunden tatsächlich installieren diese Kinos im Wohnzimmer. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich, naja, wie sollen das gehen im Wohnzimmer? Da habe ich ja gar keinen Platz und da geht das gar nicht. Aber das Schöne an der Leinwand ist, dass eine Leinwand eben überall montiert werden kann. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein ganz einfaches Wohnzimmer wie das hier und dann ist hier in der Mitte eine Wand und dann kommt eben da oben drüber eine Leinwand, die weiß und fast unsichtbar an der Decke montiert wird. Und wenn die runterfährt, haben Sie tatsächlich ein 2,50 Meter breites Bild mitten im Wohnzimmer. Und da lassen sich natürlich solche Filme wie den, wie den der Star Wars Rock One viel schöner anschauen als auf einem kleinen Fernseher. Das geht aber nicht nur da, sondern auch, ich kann Ihnen das mal an der Hand von einem Testbericht zeigen. Da sind hier Testberichte auf unserer Homepage und da gibt es zum Thema Planung und Installation hier so ein Testbericht, der heißt Fernseher oder Beamer. Und dort werden auch verschiedene Lösungen gezeigt. Also Sie sehen hier beispielsweise vor einem Bücherregal eine Leinwand oder hier vor einem Lowboard eine Leinwand oder hier in einem Durchgang zu einem anderen Raum, also zwischen einem Esszimmer und einem Wohnzimmer eine Leinwand. Also Sie können Leinwand eigentlich fast überall in einem Zimmer installieren und damit das auch in Ihrem Fall funktioniert, können Sie sich natürlich vorher selber Gedanken machen, aber Sie können auch einfach mal Fotos machen von Ihrer Wohnung und von Ihren Räumlichkeiten und die dann zu uns schicken oder am besten noch vorbeikommen in einen Standort in Ihrer Nähe und dann mit den Beratern diskutieren, wo denn am besten in Ihrem Fall eine Leinwand montiert werden kann. Also sehen Sie hier zum Beispiel in diesem Zimmer, denkt man, ja das geht ja gar nicht, aber natürlich gibt es hier auch eine Möglichkeit, tatsächlich ist da eine Leinwand montiert, die eine Breite hat von 2,50 Meter und dann holen Sie sich dieses Kino tatsächlich nach Hause, also Sie sich nach Hause und können dieses Star Wars Universum und die ganze Star Wars Welt zu Hause sehen. Damals ging das los mit diesem Spruch, ja also in Deutsch hieß er natürlich anders, a long time ago in a galaxy far, far away und dann übrigens vier Punkte, Star Wars Fans wissen natürlich ganz genau, damit ging das Ganze los. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals im Kino war, war das Faszinierende, dass durch diesen Satz, man ist also, man hat also erfahren, ja das ist eine Galaxie weit weg und ganz lange in der Vergangenheit, also es ist in der Vergangenheit und tatsächlich hat man dann gedacht, als junger Mensch, wie man dann rausgegangen ist, ja vielleicht ist man ja ein Nachfahre der Jedi-Ritter und wer von uns hat nicht schon mal probiert, irgendwie einen Besen oder was auch immer mit der Macht wegzubewegen. Das Witzige und das weiß vielleicht keiner ist, dass dieser Spruch, der da ganz am Anfang vom Kino hochkam, in blauer Schrift, tatsächlich auch eine interessante Story hat, denn bei George Lucas hat damals tatsächlich in einem Freundeskreis, also es waren bekannte, verwandte, also nicht verwandte, bekannte Regisseure, die sich immer wieder getroffen haben und hat also den ersten Teil von dem Star Wars Film, eine neue Hoffnung, seinen Freunden gezeigt. Und da kam ja dieser berühmte Abspann mit der Geschichte, also das Prinzessin Lea und so weiter und so weiter und die geheimen Pläne von dem Todesstern etc. Wissen sie sicherlich alle. Und dann hat einer von seinen Freunden gesagt, ja so kannst du das nicht sagen, weil du kannst nicht einfach diese Story ablaufen lassen. Die Leute wissen ja gar nicht den Zusammenhang. Du musst es in irgendeinen Ort oder in irgendeine Zeit setzen. Und dann kam dieser Spruch, also der Ort, eine far, far away Galaxy und die Zeit Long Time Ago. Und dadurch hat dieser Film eine völlige, also die ganze Reihe, also das ganze Star Wars Universum ist ja eine Erzählung aus der Vergangenheit. Also es ist verrückt, was so einen Spruch ausmacht. Wer in Zukunft diese Star Wars Filme zu Hause genießen kann, der kann sich glücklich schätzen auf einer Leinwand. Wir haben mittlerweile tausende Installationen. Es ist also auch bei Ihnen möglich. Rufen Sie uns einfach an. Und für alle, die mir sagen können, wer das denn war, der George Lucas da auf die Idee gebracht hat, dieses Long Time Ago in a far galaxy, far, far away, da oben hinzuschreiben als allerersten Spruch, der schreibt das bitte unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.